Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem YouTube-Kanal Businessfragen. Mein Name ist Daniel Neurauter und heute widmen wir uns einer eher mathematischen Aufgabe und zwar aus dem Bereich Finanzmathematische Grundlagen. Hierfür habe ich Ihnen ein Übungsbeispiel mitgebracht. Daniel N., also in diesem Beispiel eben ich, unterschreibt am 01.01.2020 einen neuen Arbeitsvertrag mit einem Jahresgehalt in Höhe von Euro 50.000 und es wird vereinbart, dass Daniel N. jährlich eine Gehaltserhöhung in Höhe von 2.500 Euro erhält. Und hierbei ist dann die Aufgabenstellung A. Wie hoch ist das Jahresgehalt nach 7 Jahren? Und B. Wie viel hat Daniel N. insgesamt in diesen 7 Jahren verdient? Ja, um diese Aufgabe zu rechnen, haben wir mehrere Varianten. Sehen wir uns zuerst einmal die umfangreichere und aufwendigere Variante an. Grundsätzlich wissen wir einmal zuerst, dass Daniel Neurauter 50.000 Euro Jahresgehalt hat. Das heißt, wir können zuerst einmal anfangen, hier diese 50.000 Euro zu notieren. Das ist einmal so die Ausgangsbasis. Zweitens müssen wir uns dann anschauen, wie hoch ist die Gehaltserhöhung. Und hier haben wir in diesem konkreten Fall laut Arbeitsvertrag eine fixe Gehaltserhöhung von 2.500 Euro. Das heißt, diese Gehaltserhöhung wird jährlich umgesetzt und Daniel N. bekommt 2.500 Euro pro Jahr mehr an Gehalt. Das heißt, allerdings, wann greift diese Gehaltserhöhung? Die Gehaltserhöhung greift nicht immer sofort, sondern diese greift ja immer erst nach dem ersten Jahr, also sprich im zweiten Jahr. Das heißt, im ersten Jahr bezieht Daniel Neurauter 50.000 Euro. Im zweiten Jahr bezieht Daniel Neurauter dann plus 2.500 Euro. Daraus ergibt sich dann ein Jahresbezug im zweiten Jahr von 52.500 Euro. Im dritten Jahr müssen wir dann wieder 2.500 Euro dazuzählen, so kommen wir dann auf 55.000 Euro. Selbe Spiel im vierten Jahr, also 57.500 Euro. Im fünften Jahr haben wir dann 57.500 Euro plus 2.500 Euro ergibt 60.000 Euro. Im sechsten Jahr haben wir dann 62.500 Euro und im siebten Jahr haben wir dann 62.500 Euro plus diese 2.500 Euro ergibt dann ein Gehalt von 65.000 Euro. Und dementsprechend haben wir auch die erste Aufgabe schon gelöst. Also die Antwort wäre hier auf die Aufgabe A 65.000 Euro. Jetzt sehen wir hier aber natürlich, dass das eine sehr mühsame und aufwendige Lösungsmethode ist. Und das muss das sicherlich auch irgendwie schneller und einfacher funktionieren. Ja stimmt, es gibt natürlich hier auf alle Fälle eine zweite Variante, wie Sie das Ganze lösen können. Einfacher lösen können Sie das Ganze einfach, indem Sie als Basis eben den Ausgangsgehalt nehmen. Der Ausgangsgehalt sind die 50.000 Euro. Und hierzu müssen Sie dann diese 2.500, also die jährliche Gehaltserhöhung in Summe 2.500 mit, was multiplizieren? Mit der Anzahl der Gehaltserhöhungen. In diesem konkreten Fall haben wir, weil das im ersten Jahr bekommt er ja noch keine Gehaltserhöhung und wir wollen den Jahresgehalt nach sieben Jahren wissen, in diesem Fall haben wir dann eben hier 6 Gehaltserhöhungen. Und wenn wir diese 50.000 plus die 2.500 mal 6 in den Taschenrechner eintippen, dann kommen wir ebenfalls auf die 65.000 Euro. Und wenn wir dann hier sehen, so haben wir hier 65.000 Euro und auch hier die 65.000 Euro und somit können wir auch gleichzeitig überprüfen, ob wir richtig gerechnet haben. In diesem Fall haben wir richtig gerechnet, somit können wir uns dann gleich übergehen zur Aufgabe B. Wie viel hat Daniel N insgesamt in diesen sieben Jahren verdient? Und auch hier haben wir wieder zwei unterschiedliche Varianten. Einerseits können wir es uns hier relativ einfach machen, aber auch umständlich machen. Und all diese Jahresgehälter, also 50.000 plus 52.500 plus 55.000 plus 57.500 plus 60.000 plus 62.500 plus 65.000 zu mehr. Dann kommen wir dann auf den Gesamtgehalt, welchen Daniel N in diesen sieben Jahren verdient hat. Und ich habe es schon einmal ausgerechnet und so kommen wir hier dann auf 402.500 Euro. Das heißt die Antwort auf die Aufgabe B ist 402.500. Und auch hier sehen wir, dass es hier mit dieser Methode natürlich gut funktioniert, aber stellen Sie sich vor, Sie haben hier eine Übungsaufgabe, wo wir nicht nur sieben Jahre haben, sondern wo wir beispielsweise 30 Jahre haben. Und dann ist das Ganze schon sehr, sehr aufwendig. Und aus diesem Grund gibt es natürlich auch hier bei der Aufgabe B eine Möglichkeit, das Ganze einfacher zu rechnen. Und hierfür müssen wir im Prinzip nur zuerst einmal dieser 50.000 Anfangsgehalt nehmen. Zu diesem 50.000 Gehalts oder Anfangsgehalt die 65.000, also sprich den Gehalt nach den sieben Jahren hinzuzählen. Das Ganze, wenn wir mit dem Taschenrechner arbeiten, in Klammer setzen und einmal dividiert durch zwei dividieren. Und wenn wir dann diese 50.000 plus 65.000 eingeben, haben wir 115.000 und das durch die zwei dividieren, kommen wir auf 57.500. Und was sind jetzt diese 57.500? Diese 57.500 ist der Durchschnittsgehalt, welchen Daniel N. im Laufe dieser sieben Jahre erhalten hat. Und wir wollen aber ja nicht den Durchschnittsgehalt wissen, sondern wir möchten wissen, wie viel Daniel Neurauter insgesamt verdient hat. Und hierfür müssen wir dann diese 57.500 Durchschnittsgehalt ganz einfach noch mit den sieben Jahren multiplizieren. Und wenn wir hier dann diese 57.500 mal 7 eintippen, kommen wir wiederum auf die 402.500. Und auch hier können wir wieder überprüfen, 402.500, 402.500 und somit haben wir richtig gerechnet. Ja, soviel einmal zu dieser Übungsaufgabe. Wenn Sie keine Übungsaufgaben mehr verpassen möchten und Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch, beziehungsweise über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.